Unter Aggression wird eine zielgerichtete körperliche oder verbale Tätigkeit verstanden, die zu einer psychischen oder physischen Verletzung führt. Es handelt sich also um ein Verhalten mit einer Schädigungsabsicht. Die Angaben zur Prävalenz der Störungen des Sozialverhaltens bzw. des Aggressiv-dissozialen-Verhaltens variieren in verschiedenen Studien. Dies liegt an unterschiedlichen Erhebungsmethoden, Diagnosesystemen und Beurteilungssystemen, die den Studien zugrunde liegen. Wissenschaftliche Studien sprechen davon, dass 8% aller Kinder und Jugendlichen betroffen sind. Im Elternurteil werden 3% aller Mädchen und 6% aller Jungen im Alter von 4 bis 18 Jahren als aggressiv benannt. Dies bestätigt auch das Geschlechterverhältnis. Jungen sind häufiger betroffen, im Verhältnis 3 zu 1 bis 4 zu 1. Im Jugendalter gleicht sich die Häufigkeit allerdings an. Generell ist in den letzten Jahren eine Zunahme weiblicher Aggressivität zu beobachten. Gemäß einem transaktionalen Entwicklungsmodell wirken Einflüsse biologischer, psychischer und sozialer Natur auf die Entstehung einer Störung des Sozialverhaltens ein. Laut DSM-IV werden 15 Symptome in 4 Kategorien beschrieben. 1. Aggressives Verhalten Zum Beispiel Bedroht oder schüchtert andere häufig ein, beginnt häufig Schlägereien, hat schon Waffen benutzt, die anderen schweren Schaden zufügen können, war körperlich grausam zu Menschen, quält Tiere, hat in Konfrontation mit dem Opfer gestohlen oder zwang andere zu sexuellen Handlungen. Zweitens Zerstörung von Eigentum Zum Beispiel Beging vorsätzlich Brandstiftungen mit der Absicht, schweren Schaden zu verursachen, zerstörte vorsätzlich fremdes Eigentum. Drittens Betrug oder Diebstahl Zum Beispiel Brach in fremde Wohnungen, Gebäude oder Autos ein, lügt häufig, um sich Güter oder Vorteile zu verschaffen oder um Verpflichtungen zu entgehen, stahl Gegenstände von erheblichem Wert ohne Konfrontation mit dem Opfer. Viertens Schwere Regelverstöße Zum Beispiel Bleibt schon vor dem 13. Lebensjahr trotz elterlicher Verbote häufig über Nacht weg, lief mindestens zweimal über Nacht von zu Hause weg, während er oder sie noch bei den Eltern oder einer anderen Bezugsperson wohnte. Schwänzt schon vor dem 13. Lebensjahr häufig die Schule. Zur Diagnose einer Aggression müssen mindestens drei Verhaltensweisen im letzten Jahr und mindestens eine in den letzten sechs Monaten gezeigt worden sein. Ein typischer Entwicklungsverlauf ist der der Early Starter. Dieser beginnt in der frühen Kindheit, meist bei Jungen, häufig begleitet von weiteren Störungen und mit schlechter Prognose. Late Starter beginnen in der Jugend mit weniger starken, aggressiven, dissozialen und delinquenten Verhaltensweisen. Die Diagnose einer Störung des Sozialverhaltens ist abzugrenzen von einer Störung mit oppositionellem Trotzverhalten, einer Anpassungsstörung, Geschwisterrivalität oder einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Häufig wird auch zwischen reaktiver und proaktiver Aggression unterschieden. Impulsiv-reaktives Verhalten tritt explosiv bei geringen Anlässen auf, zum Beispiel als Reaktion auf das Erleben von Bedrohungen oder Herabsetzungen durch andere Menschen. Proaktiv-aggressives Verhalten wird dagegen zielgerichtet und funktional eingesetzt, um durch die Verletzung der Rechte anderer Menschen persönliche Vorteile zu erreichen. Klinisch ist häufig jedoch ein gemischt reaktiv-proaktives Bild zu beobachten. Bei den Störungen des Sozialverhaltens handelt es sich, mit Ausnahme der Störung des Sozialverhaltens, mit oppositionellem aufsässigen Verhalten um aggressiv dissoziale Störungen.